geliebter mensch ich begrüße dich mit meiner inneren freude und mit meiner liebevollen achtsamkeit zu dieser geführten meditation diese meditation ist etwas ganz besonderes denn wenn es dir gestattet ist wirst du heute dein eigenes astrallicht in dir entdecken und so bitte ich dich dich oder dir zu erlauben dich heute so tief wie möglich fallen zu lassen um diese eine wundervolle erfahrung machen zu dürfen so atme nun das licht von smarana ein das licht von gottes nähe welches sich gleich liebevoll und deine schultern liegt und du in diesem moment spürst dass du gut beschützt bist und gottes nähe bei dir ist du wirst heute in die geheimnisse deiner seele eintauchen und du wirst dich selbst ein wenig mehr kennenlernen als bisher du wirst den kontakt zu deiner seele spüren auf eine ganz andere neue art für dich und so fühle wie das licht von smarana durch dich hindurch fließt wie es dich ausdehnt und zu einer goldenen sonne erstrahlen lässt spüre wie dein ganzer licht körper im goldenen licht der sonne und spüre auch wie du innerlich immer ruhiger und gelassener wirst wie sich dein körper entspannt und du vertrauensvoll ohne etwas zu erwarten dich einfach jetzt einmal fallen lässt dabei konzentrierst du dich auf deine augen auf die stelle hinter deinen augen welche jetzt ganz dunkel und schwarz ist es ist wichtig dass du in diesem moment wahrnimmst dass es um dich herum ganz dunkel ist denn dies ist der erste schritt den wir jetzt zusammen unternehmen so entspanne deine augen und erkenne dass es um dich herum dunkel ist und lass alles geschehen was geschieht du weißt du bist gut beschützt und gottes liebe ist bei dir und nun wird sich wenn es dir erlaubt ist wenn deine seele bereit ist die ein licht zeigen du kannst es dir auch vorstellen wie ein zuerst ganz kleines helles licht erscheint und wie dieses helle licht langsam größer wird nimm dir zeit und erlaube dir dieses licht zu sehen mit deinem dritten auge zu sehen und nimm dabei die schönheit dieses lichtes war nimm die weisheit dieses lichtes war und spüre ob es da eine verbundenheit zwischen dir und dem licht gibt fühle ob du dich von diesem licht angezogen fühlst erkenne ob die flamme dieses lichtes flackert und erkenne die große strahlkraft deines astral lichtes denn sobald dieses licht zu strahlen beginnt ist es mit dir verbunden und verschmilzt mit dir in diesem moment ist der kontakt zu deinem astral licht hergestellt dieses astral licht ist die verbindung zu deiner seelen weisheit die verbindung zu all deinen geliebten lieben die verbindung zu all dem was du noch erleben wirst es ist die verbindung zu der intelligenz deiner seele vielleicht zeigt dir dieses licht ein paar bilder dann lass es einfach geschehen ich gebe dir ein wenig zeit um mit deinem astral licht zu kommunizieren und vielleicht ist es dir jetzt möglich einige lichtwesen zu erkennen denn sie zeigen sich wenn dein astral licht leuchtet und strahlt genau wie jetzt und vielleicht kannst du auch die gesänge der lichten wesen die gesänge der sternsaat wahrnehmen denn sie singen voller freude das lied des lichtes für dich und für deine seele und dann nach einer weile bedanke dich bei den lichten wesen bei deinem astral licht und deiner seele für all dies was heute geschehen durfte und komme dann in deiner geschwindigkeit wieder in dein hier und jetzt zurück in deine räume und fühle wie es sich anfühlt denn es wurde eine verknüpfung hergestellt zu deinem astral licht zu deinem astral licht und wenn du jetzt wieder da bist bin ich so gespannt was du sagst diese reisen das war jetzt noch keine reise aber diese aktivierung des astral lichtes ist etwas ganz heiliges und in meinem webinar werden wir intensiv in diese energie eintauchen und dann auch sehr viele heiltechniken erfahren wir werden mit dem astral stab wirken mit der astral nadel wir werden so viele schöne dinge tun und ja es ist jedes mal auch für mich so dass ich innerlich ganz still werde und demütig bin für all dieses große für dieses wundervolle wo wir doch den zugang dazu bekommen über unsere seele und unsere liebe ich danke dir sehr dass du hier warst ich werde natürlich auch auf telegram noch was sagen und mir kommt auch gerade so die idee dass wir am spirituellen treffen in marburg auch so ein bisschen noch mit dem astral feld wirken werden weil es ist einfach essentiell gut und essentiell wichtig sich mit diesen dingen zu beschäftigen weil es betrifft ja unsere seele unser leben und diese dinge sind sehr wichtig ich danke dir dass du heute hier warst und ich wünsche dir eine wundervolle zeit eine herzensumarmung und ein küsschen ein wind küsschen bis dahin 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 Untertitelung des ZDF, 2020